Es sind Visionen, die wir wahr werden lassen. Die Grabner Gruppe setzt seit 1960 auf Präzision beim Hallen- und Maschinenbau. Teamarbeit und Zuverlässigkeit stehen für das Familienunternehmen im Mittelpunkt. So können wir auf höchstem Niveau Neues erschaffen und Bestehendes sanieren für eine bessere Zukunft. Wir entwickeln, planen, liefern und montieren unsere Gebäude und Produkte für Kunden in Österreich und Deutschland. In Sachen Qualität geht die Grabner Gruppe keine Kompromisse ein. Alles aus einer Hand garantiert den Erfolg. Unsere Gebäude und Komponenten bieten Raum oder finden in den Produkten unserer Kunden ihre Verwendung. Sie sind unverzichtbar im Heute und machen das morgen erst möglich. In Hartberg in der Steiermark produzieren wir mit unserem vielseitigen Team termingerecht qualitativ hochwertige Produkte. Unter immer größerem Einsatz alternativer Energiequellen arbeiten wir tagtäglich an Lösungen mit nachhaltigem Nutzen.